Ich will auch nicht mehr tragen. Ich will da nach oben gehen. Ist das denn zu viel verlangt? Denke nicht. Prophet! Hüpf da mal nach oben, du kannst ja hüpfen. Ach man. Ich will auf dieses Ding hier. Sehr schön. Ist hier. Verdammt. Wie komme ich denn da hoch? Die sind doch auch irgendwie da hoch. Was? Junge. Hacken. So. Verdammt nochmal. Sag mir, wie du da hochgekommen bist. Irgendwie müssen sie ja hoch. Verdammt. Ich will meine Pfeile. Mit drei Pfeilen überlebe ich doch nicht. Das Ding, dieses Zeugs hier. Ich kann ja vergessen, dass ich das mit drei Pfeilen mache. Nö, nö, nö. Prophet, festhalten. Ist es denn zu viel verlangt, Prophet? Das ist zu viel verlangt. Er will sich einfach nicht festhalten. Er will sich nicht festhalten. Prophet, Prophet, Prophet. Böser Junge. Meine Pfeile. Meine wunderschönen Pfeile. Oh Mann. Bin ich hier? Verdammt. Komm. Oh. Warum hält er sich nicht fest? Ist doch. Ah, Frechheit. Ah, weißt du was? Scheiße auf die Pfeile. Ihr kömmt mich allemal. Ich darf jetzt wieder losdüsen hier. Mit 120.000 kmh. Pistenraudi unterwegs. Oh, verdammt. Aus dieser Ansicht kann ich einfach nicht spielen. Oder Autofahren. Gibt es überhaupt einen Weg? Ah ja, da. Yippie, ja, je. Bin ich nicht von hier gekommen, ne? Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Holy shit. Prophet, verlege Romeo 12, eine verteidigungsfähige Position. Ah, ich bin tot. Ha. Wie gesagt. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Prophet, verlege Romeo 12, eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden sein, Gott. Scheiße. Ähm. Ich hab nur noch einen. Ne, ich hab ne. Ich hab ne Jo. Kabumm. Leute. Kabumm. Noch mehr? Ja, noch nicht. Wer will noch mal? Gut. Ihr könnt die Musik wieder anmachen. Hallo, Musik, bitte. Holy man, holy shh. Sie bringen diesen Swarmer-Buddy zum Hauptquartier-Buddo. Verdammt. Sparen Sie sich Ihre Befehle und schenken Sie den Senkrechtstarter. Wir gehen. Oh, man. Warnung. Self geortet. Sicherheitsabriegelung aktiviert. Okay. Hör auf zu rütteln. Was? Wie viel denn noch? Ein Elektroschock? Schießt er auf mich? Oh, shit. Jünger, lass den Scheiß. Alter. Shit. Weißt du was? Ich bin weg. Scheiße. Das war verdammt nochmal blöd. Oh my god. Okay. Ich glaube, das ist das Beste. Holy shit. Wenn ich mich hier mal verstecke. Kann ich das Ding hacken? Nein, ich muss es zerstören. Okay, hack zuerst mal das hier. Jede Sichtverlust ist nicht blockiert. Okay. Okay. Dann mach mal. Scheiße. Scheiße. Legt mich. Hier. Oh, damn it. Ist es kaputt? Holy crap. Okay, dann hack das Zeugs mal hier. Ich brauche irgendwas. Irgendwas. Ist mir scheißegal was. Gib mir einfach was. Joe. Ich bin meine Pfeile, Freundchen. Äh. Hallo. Jawohl. So ist gut. Hier, gleich mal 720 Schuss aufgenommen. Jetzt kann ich hier die Zeph-Waffe nehmen. Reaper-Kanone. Jawohl. Jawohl. Zack. So, Freundchen. Verdammt. Verdammt. Ich bleibe vorerst mal getarnt. Damm, 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 Damm. Rennen. Okay. Scheiße. Gut, die Gefahr ist mittelmäßig. Die Gefahr ist mittelmäßig. Da oben wäre Munition. Aber nicht für meinen Bogen. Was explodiert denn da die ganze Zeit? Sieht man den so? Hallo. Was ist denn das da? Kampf-Buggys. Okay, ich bleibe einfach mal getarnt. Ich denke, das ist das einzig Nützliche, was ich im Moment machen kann. Getarnt bleiben. Äh. Okay, ich renne mal nach vorn. Hab ja ne Reaper-Kanone. Moment. Hacken. Hab ich das nicht schon mal gehackt? Das Geschütz visiert unsere Andeckung. Und hier oben sind wieder Cell. Halt ich mir den Rücken frei! Ja! 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 Plötzlich sind wieder Cell-Leute hier. Warum nicht? Warum nicht? Gib mir lieber ne Kiste mit Pfeilen, meine Freunde. Ich hab gene mir nur noch drei. Damit überlebst du nicht. Oh, verdammt. Wie geht mir das wieder? Ist das meins? Oh. Cell-Daten. Hm. Wo muss ich eigentlich hin? Achso. Kommando-Zentralen infiltrieren. Oh. Nein, warte, warte. Da konnte man Knöpfchen drücken. Oh, hier. Geht. Ja, das ist auch gut, wenn er mich durchlässt. Der ist nett. Kann ich mit dem Ding hier rein? Schade. Ja, dann verballe ich das aber noch kurz. Ja! So. Das hat sich gelohnt. So, jetzt darf ich wieder den Pisten-Raudi spielen. Die Musik kommt auch wieder. Den Weiser kann ich da nicht anmachen. Im Auto drinne. Holy crap. Verpiste. Achtung. 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 Jetzt komm ich. Raus da. Oh shit. Ist da was? Ein Cell and Forger. Und was ist das? Warte, ich hab doch drei Schüsse mit dem Ding. Zwei. Ja, toll. Ist das ein Panzer? Ah, der funktioniert nicht mehr. Ja, okay, dann schreien wir wieder ins Auto. Und Düsen weg. Das ist auch so schnell wie möglich. Oh shit. Was ein Fass alles so bewirken kann. Okay, Prophet rein da. Komm. Wir fahren so lange wie möglich mit dem Auto. Ich sag mal, ich hab ja mal noch. Ich sag das, Gott. Es sind ein Fass. Ich sag das, ich sag das, was erledt. Ich sag das, was erledigt. Das ist ein Fass. Das ist ein Fass. Das ist ein Fass. Ich sag da. Ich sag das Monika.